so leute guten morgen auf dem videoschannel es ist der nächste tag und wir sind jetzt am mendel pass bin jetzt mal mega gespannt also mir ist der schon von so vielen leuten empfohlen worden dass der so geil sein muss und das geile ist hier ist halt einfach auch unbeschränkt und schon die erste kurve mit dem knie am boden nach einer minute läuft so wir fahren jetzt bis Mendolna oder wie das heißt und dann drehen wir wieder um und dann fahren wir nämlich stellerrunde war so der plan bin ich jetzt auch mal gespannt alter was ist denn ein scheiß problem ich kenne den pass jetzt halt auch nicht naja wen es interessiert es ist jetzt kurz nach halb acht irgendwo mitten in der früh also und glaube ich ist hier auch nichts los für die italiener die gehen erfahrungsgemäß später in die arbeit weil ich habe auch schon mal in italien gearbeitet für ein paar wochen und vor neun tut sich da eigentlich gar nichts bei denen so erfahrungsgemäß jetzt ist quasi der Mendel pass das war jetzt bloß vorgeplänkelt tornante da sind ja schon noch keine bullen rumstehen jetzt in der früh und wieder eine tornante wie hab ich ein kräftig wow lecker lecker kräftig klar fernal el- hao kräftig aber er bockt schon richtig hart lecker feinbar kräftig quackt lecker 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 Ups, den Gang nicht erwischt. Boah, die Kernen sind hier ja auch total schön. Aber den Pass musst du dir erstmal merken können. So vom Setup, also vom Straßenverlauf her. Oh! Ja, das ist auch so ein Pass, wo du richtig hart abgehen kannst. Alter Verwalter! Boah, da sind schon krasse Kurven dabei. Wenn du die nicht kennst... Boah! Boah! Baustelle! Langsamer hier! Boah! Boah! Aber bis jetzt ist der Pass schon... Uiuiui! 50... Alter, das wird ja richtig kriminell hier! 50... Hier bist du 50 eigentlich schon ganz gut dran. So... Alter, der Ausblick, Mann! Das ist schon mal ein Grund hierher zu kommen. Nur wegen dem Ausblick. Boah! Boah! Leck! Alter! Wie viele Leute fahren den denn in der Früh noch Bozen runter? Ich finde das jetzt aber gar nicht so schlimm, dass das Stück hier quasi 30 ist. Oder langsamer halt. Hier kannst du eh nicht schnell fahren. Da schieben wir uns jetzt mal gemütlich vorbei. An denen. Ich weiß bloß nicht, wie schnell man hier jetzt doch... Wenn hier noch so viel Bauschutt rumliegt... Wieder eine Kehre! Probieren wir jetzt mal im ersten... ... ... Oh, 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 oh. Aber es sind wirklich schöne Kehren. Ach, der stinkt jetzt. Also ich denke mir schon die ganze Zeit so unterbewusst, was zum Henker stinkt denn hier so. Jetzt weiß ich es. Alter, bist du gelähmt. Der ist doch ganz schön lang hier, der Pass. Leck, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und jetzt sind wir da. Tada. Ja. Das müsste, ja, Pass, Mendola, Mendola. So, das war's. Mendel Pass. Dann würde ich sagen, ich fahre den jetzt wieder runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus auf dem Wielers Channel. Das war's. Vielen Dank.